Das Personalisierungsprinzip. Sprechen Sie in einem natürlichen, eher informellen Stil. Möglicherweise ist es auch Ihnen schon einmal so ergangen. In der Straßenbahn teilt Ihnen eine menschliche, allerdings computeranimierte Stimme eine Information mit. Während Sie die Ansage hören, fällt Ihnen die ungewöhnliche Betonung auf. Die Informationen haben Sie sich aber nicht merken können. Wie konnte es dazu kommen? Der Verarbeitungsaufwand unseres Arbeitsgedächtnisses ist hoch, wenn vor allem gesprochene Texte unpersönlich, maschinell verzerrt oder in einem eher formellen Stil dargeboten werden. Sind wir mit diesem Stil nämlich nicht aus unseren Lebenszusammenhängen vertraut, müssen wir wertvolle Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses aufwenden, um darüber nachzudenken, welche sozialen Reaktionen wir aktivieren sollen. Werden Texte dagegen in einer natürlichen Sprache, mit persönlichen Botschaften und in einem eher informellen Kommunikationsstil gesprochen, fallen diese Überlegungen weg und es werden Kapazitäten für das Lernen freigesetzt. Aus dieser Erklärung lässt sich das Personalisierungsprinzip ableiten, das Dreierlei meint. Nutzen Sie in Multimedia-Präsentationen erstens eine natürliche, informelle und höfliche Sprache, die eher der Umgangssprache entspricht. Stellen Sie dabei immer wieder persönliche Bezüge zu den Lernenden her, indem Sie sie mit Du oder Sie direkt ansprechen. Richten Sie sich ab und an außerdem direkt mit kurzen Kommentaren oder Fragen an die Lernenden. In diese Kommentare können Sie auch sich selbst einbeziehen. Achten Sie bei gesprochenem Text zweitens darauf, eine unverzerrte menschliche Stimme zu verwenden, die möglichst akzentfrei ist und natürlich betont. Und erhöhen Sie drittens die soziale Präsenz Ihrer Stimme durch mimische oder gestische Untermalung des Gesprochenen. Je nach den technischen Möglichkeiten, die Sie haben, können Sie eine animierte oder auch eine statische Figur, einen Avatar als sogenannten pädagogischen Agenten, in Ihre Präsentation aufnehmen, der mit den Lernenden interagiert. Ein solcher Avatar könnte den Lernenden zum Beispiel Direkterklärung anbieten oder ein Feedback geben. Wenn er zu mehr Blickkontakt, Mimik oder Gestik fähig ist, sollte er sich möglichst menschenähnlich verhalten, zugewandt sprechen und dabei Mimik und Gestik verwenden, die das Gesagte unterstützt. Sollten Sie Erklärvideos erstellen, ist es allerdings nicht notwendig, ein Sprecherbild einzufügen. Ein solches Bild von Ihnen kann zwar den Eindruck einer sozialen Gesprächsatmosphäre verbessern, ob es aber auch das Lernen verbessert, ist bisher nicht belegt. Schlimmstenfalls erhöht es sogar die kognitive Belastung, wenn Ihr Bild zu viele zusätzliche Informationen bietet.